Ja, hallo, es geht weiter bei Rocket League. Was ist jetzt Liga 1? Gold bei mir, immer noch Prospect Elite beim... Welche Liga bis jetzt? Drei im Moment. Drei, okay, bei Lukas. Wir machen auf jeden Fall heute noch Gold daraus. Das sind hohe Ziele, die wir uns setzen, aber das wird schon. Weil jetzt kommt schon das erste Tor. Komm, bring den! Nein! Oder auch nicht, oder zweimal nicht, warum auch nicht. Also, man muss mal ein bisschen spannend halten, das wäre auch bescheuert. Dann fragt man sich, warum die Leute nicht spielen, ne? Also, aber selbst das hält uns nicht davon ab zu verlieren. Sobald mich der anfängt zu spielen, wird es mich wieder schwierig. Weißt du, ich verstehe das nicht, weißt du? Die Leute, die suchen einen Wettkampf und dann sind sie einfach nicht da. Willst du mich verarschen? Wie kann sowas sein, ey? Du findest doch innerhalb eines Spiels von... Ja, das verstehe ich auch nicht, ey. Der ist da, der spielt jetzt. Oder? Hab ich das richtig gesehen? Ich meine schon. Ne, okay. Ja, blöd. Toll. Wo du wieder aufnimmst. Genau. Gerade noch so richtig krass wie dein Spiel knapp gewonnen. Ja, braucht ihr euch nicht wundern. Ich musste immer ein bisschen warten, weil ich hab Angst, dass die Folge sonst abschmiert, weil CPU wird natürlich ein bisschen stark belastet. Während der, wenn die Aufnahme beendet wird, wird der noch kodiert und so. Da bin ich irgendwie lieber auf der safen Seite, bevor dein Spiel für den Arsch aufgenommen wird. So, ich bin jetzt aufgestiegen, Liga 4. Ja, ich bin jetzt Liga 2 wieder. Ja. Sehr gut. Das ist schon mal ein bisschen sichtigerer. So, und jetzt, wo du die Aufnahme gestartet hast, und wo uns wieder die ganze Welt zuschaut. Genau, wir zeigen das einfach, wie die Leute dann einfach rausgehen. Ey, Junge. Ey, wir hatten wirklich, in der Zeit, wo ich mir Rocket League gekauft habe, ne? Was? Ich meine, jetzt hier im nächsten Match, dass wir wahrscheinlich jetzt wieder hart auf den Sack kriegen. Ja, weiß man nicht. Was sind denn für Leute? Ah, die sind einfach Veteranen und Experten. Die machen wir locker. Ach, Experte? Ja, der spielt schon... Ach, wenn sonst nix ist? Der spielt schon ein bisschen, aber ist doch nicht so schlimm. Nicht so schriem. Ach, richtig lächerlich, ey. Die denken, wenn die sowas sehen, denken sie auch, was für ein Idiot ist das, ey. Ja. Und dann fahren die noch gegeneinander. Mein Spiel, mein Spiel hakt. Nein! Lecker, ey. Ja, sowas regt mich gar nicht auf. Ja, Lukas bevorzugt, das eigene Tore zu machen. Du wolltest den doch heimlich reinschieben. Ja, alles klar. Komm, Attacke. Jawoll, der kommt nicht gut. Jawoll! Ey, Junge! Oh, ich brauche nicht kommentieren. Der macht jetzt Fummelei hier. Ja, der kommt jetzt sogar noch zu uns. Jawoll, gut. Ich habe einen 40er-Pring, aber warum leckt mein Spiel hier? Das kapiere ich nicht. Jetzt, komm, komm, komm! Der kommt zwar gut, aber wieder zu langsam, nicht gut erwischt. Scheiße! Na hinten, na hinten. Oh, okay. So geht der auch. Der kriegt den ja, die kriegen die aus jedem Winkel, kriegen diese Bälle, Alter. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nein! Jetzt sind richtig erwischt wieder reingegangen. Egal. Ja, wer, wer der? Nein! Ja, ich sehe die nur manchmal einfach hinterm Ball stehen und das ist dann immer kritisch zu sehen, ob die auch losfahren oder nicht. Ja, ich weiß schon, wie du meinst. Oh nein, oh nein. Gibst du natürlich nicht sofort Gas. Jetzt. Ich habe den, ich habe den. Nein, ich kriege den nicht. Hol den, hol den. Scheiße. Sauber. Jetzt, komm. Nein! Ist das ein Penner. Jetzt. Die kriegen den gut. Habe ich mir schon gedacht, dass sie den kriegen. Aber wir auch. Ja, der kommt auch noch vor sich. Nein! Wahnsinn. Glück gehabt. Komm, weiter, 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 weiter. Der Gabler. Ich habe den weggerammt. Ja, den musst du holen. Habe ich doch. Ich habe keinen Boost, nichts. Oh, was war das denn? Sorry. Achso. Das warst du. Komm, 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 komm. Naja, der spielt den raus. Scheiße. Das ist auch mal eine krasse Idee, ein Spiel von Quidditch zu machen. Ich weiß, dass es das in echt gibt. Es gibt Quidditch-Turnier. Richtig krass. Wie funktioniert das denn? Jawohl, der kommt. Der kommt, der kommt. Oh, nee, ey. Ja, die nehmen einen Besen zwischen die Beine und laufen dann so. Das war bei irgendeinem Film, das habe ich das mal gesehen. Bei Google haben die das gemacht. Also bei Google. Komm, geh rein. Bitte, bitte. Ja. Da muss man auch noch wirklich nur hoffen hier. Naja. Jedenfalls musst du da mit einer Hand den Besen zwischen den Beinen festhalten, glaube ich. Ich weiß ja nicht mehr genau. Ich glaube, mit einer Hand hältst du echt den Besen fest und dann musst du mit der anderen theoretisch dann fangen. Ist ja wie im echten Quidditch. Im echten. Ja. Genau, wie im echten Leben. Du fährst, du fährst. Im RL, im Rocket League. Boah, der ist drin. Übel. So einfach, weißt du. Da erkämpfst du dir vier Minuten lang ein Tor. Zack, vorbei. Das war's. Ich mach. Ja, der macht einen Weitschuss und keiner von uns ist beim Tor. Herrlich. Boah. Ja. Was war das denn? Herrlich. Oh shit. Nicht gut. Ganz ruhig, ganz ruhig. Verlängert. Ja, komm. Der geht Richtung Tor. Pfff. Yes. Nice. Dankeschön, Leute. Äh, ne, ich wollte Danke sagen. Ich wollte noch Danke sagen. Was für Lucky, Alter. Der wäre reingegangen. Was für Lucky, Alter. Okay, eine Minute. Das ist, wir haben glaube ich ein bisschen übertrieben. Junge. Der fliegt ja noch genau so. Kannst du nicht machen. Ja, tschüss. Boah, Alter. Ganz ruhig, ganz ruhig. Kriegst du den? Ja. Ja. Jo, ey. Was findest, was findest Speed, der dahinter ist, ey? Komm, schieß den, schieß den, schieß den. Natürlich, Junge. Der kriegt den schon wieder, Alter. Du hast du den? Ne. Jawoll, Alter. Da muss ich auch nochmal Danke sagen. Jetzt kommen wir wieder, ah, Lucky. Knapp. Das sind aber schlechte Verlierer, muss man sagen. Also, da bin ich. Ich bin ja fair gegen. Ich fahr. Tja, es kommt noch manchmal vor, dass wir gemeldet werden, weil wenn die Leute verlieren, dann ist meistens Schluss. Der Sack, ey. Der hat auch dieselbe Idee gehabt wie ich. Oh, shit. Scheiße, scheiße. Boah. Safe. Nice, Alter. Richtig nice. Jetzt kommt, der geht auch noch. Ah, schade. Ach, schade wie Alonso. Sehr gut. Sehr gut. Da war kein Glück im Spiel. Alles pur Skill. So, komm. Ey, selbe Liga, ey. Ich glaub's nicht. Die waren beide Gold, Mann. Ja, schau mal, Lucky. Das war aber auch schon stärkere. Da hatten wir aber trotzdem auch schon stärkere, ey. Ja. Ach, der Stinding Red Roger. So, jetzt komm. Noch einmal. Was bist du? Du müsstest jetzt drei sein, oder? Ich bin zwei. Bist zwei? Bist nicht aufgestiegen? Naja, ich bin einfach selbe Dingens geblieben. Richtig assi. Ja, sind wahrscheinlich selbe Liga, deswegen kriegst du nicht so viele Punkte. Bist hier hab ich jetzt nur einmal eingesehen, der da vorhin Gold zwei hatte, ey. So, komm, ich bin jetzt Liga Fünf. Wenn's gut läuft jetzt... Basically Ronaldo sieben. Ach so. Ach so. Da muss ich mal was Neues ausdenken, weil, wenn sich jeder CR7 nennt und so, ne? Ja, guck mal, der kann nix. Der kann nix. Das sagst du so, ey. Jawoll. Uh, 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 uh. Den hab ich schon drin gesehen, ey. Ich auch, um ehrlich zu sein. Ja, komm, der ist gut. Ach, kacke. Der bleibt einfach stehen. Ey, Junge, ey. Da ist Ronaldo sieben hier, ey. Ronaldo sieben. Ja. Hätte nicht gedacht, dass sie mal so einen Star hier treffen. Der ist ja auch sehr sexy. Ja, der packt immer seinen Sixpack aus beim Spiel. Der Freak. Ein richtiger Stern am Fußmann. Jetzt komm. Das ist doch unfassbar, Alter. Ich berühre mal kurz mit dem Rückwärtsgang, schon krieg ich nen Befreiungsschlag. Danke, Leute. Danke. Ich hab's nicht nötig. Achtung, Ronaldo kommt. Ja, nächster Ronaldo, Mann, ey. Also, die sind ungefähr so wie wir, glaub ich. Jetzt komm, geh mit nach vorne. Los, los. Brauch ich gar nicht, mal. Mach den, mach den. Ne, der geht nicht. Der geht nicht. Boah, jetzt, jetzt, jetzt. Du, du, du. Oh, nein. Komm, ruhig, ruhig, ruhig. Scheiße. Ja, der ist auch gesprungen. Kann dir nix machen. Ja, ja, ich weiß schon. Ich kenn deinen Ausreden, doch. Angriff, Attacke, Antacke. Ja. Das passiert mir auch immer, ey. Ah, du hast mich irritiert, ey. Ah, das gibt es nicht, ey. Das gewinnen wir noch. Komm, das kriegen wir hin, ey. Das ist machbar. Der Kleist hat machbar. Boah, der kommt durch, aber der ist zu hoch. Boah, wat? Junge, hab ich überhaupt nicht drin gesehen. Komm, der kleint jetzt da oben gegen. Junge, der war richtig gut. Der hat genau gepasst. Boah. Boah, übel. Der hat selbst Kassiers keine Chance mehr gehabt. Wird langsam Zeit, dass er ausgewechselt wird. Oh, shit. Der ist gut für den anderen. Nein, nicht, Junge. Ich bin nicht bereit, Junge. Ich hätte den gehabt. Boah, ey. Der muss es aber auch helfen. Der hätte sich hier den Kopf abgehackt, ey. Wie sonst immer. Genau, wie sonst immer. Geil. Nein. Nein. Boah. Boah. Alter, genau. Genau gegen mich, ey. Der hat ja gegen mich gespielt, ey. Bei Merlins Bad, ey. Ah, geil. Boah, super, ey. Echt. Boah, Junge. Ich dachte schon, ich hab voll versemmelt, weil ich ihn in die Wand geballert hab. War ziemlich so stark, ey. Das hast du noch richtig gut gekriegt, ey. Boah, übel, ey. Den hättest du auch nicht anders reinhauen können, ey. Nee. Du fährst? Ja, voll. Ah, der ist aber nicht schnell genug. Ich hab keinen Boost. Ich hab auch nix. Jawoll. Scheiße. Rein damit. Jawoll, rückwärts auch noch. Oder? War das... Nee, war nicht rückwärts, ne? Ja. Doch, doch. Er steht aber nicht rückwärts, ne? Na, egal. Aber 100 pro rückwärts. Ja, wenn dat nicht rückwärts ist, weiß ich auch nicht. Ja, schon, das Zeichen stand aber nicht. Ach, deswegen. Wahrscheinlich, weil du den Flip gemacht hast. Ja, klar. Der fuckt sich über sein Team-Mate ab. Jawoll. Jawoll. Hahaha. Help me, denn. Die haben so richtig gefeit hier. Hahaha. Geil. Ich glaub, der ist sauer. Komm, wo bist du? Yo, ey. Da stand der aber gut, ey. Junge. Ich weiß nicht. Wahnsinn. Nee, ist das nie. War deiner aber besser gerade. Ja, das ist nur Wahnsinn, dass er hier reingeknallt hat, ey. So, die Seite ist super. Das gibt's nicht. Komm, komm. Nein, nein, nein. Regt mich auf, ey. Ich regt mich jetzt nicht auf, aber das ist doch nicht normal, oder? Ich regt mich jetzt nicht auf, ey. Oh, jetzt kommt deiner. Nein. Nicht your Ernst, ey. Geil. Boah. Boah. Der hätte Christian Ronaldo kurz einen Prozess gemacht, du, ey. Jetzt. Jetzt. Nein. Nein. Haha. Ich hab keinen Boost. Nein. Daneben. Geil. Ich dreh mich hier so krass mit dem Stuhl, ey. Das ist unglaublich, ey. Ich bräuchte jetzt nur noch so eine VR-Brille, ey. Da würde ich richtig abgehen, ey. Und so, wir gewinnen den Quatsch, hier. Oh, nein. Nicht dein Ernst. Nicht. Alter Schwede, ey. Holy Faser, ey. Faser. 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 Sehr gut. Scheiße, ich wollte den von Ufers Tor spielen. Sehr gut. Da sagt er zu mir, sehr gut, haut ihn rein. Ja, ich mach's nochmal ein bisschen spannend zum Schluss jetzt. Der ist aber auch mega unglücklich da. Das ist einfach. Geprall, ey. Was soll ich machen, ey? Du musst das Auto auch noch richtig drehen in der Luft, damit du den richtig spielst. Das kann ich nicht. Komm, ey. Die 10 Sekunden, ey. Das kann nicht. Das darf, wenn das passiert, ne? Ey. Und vorbei. Heftig der Scheiße, Mann. Alter. Ey, warst du nicht noch 4 zu 1? Ich weiß es nicht, ey. 4 zu 2, weiß ich auf jeden Fall. Ja, wie zu 1, Junge. Tor, Tor. Nein. Nachspielzeit. Ich könnte kotzen, Alter. Ohne Spaß, ey. Ja, geil. Ey, das ist unfassbar, Alter. Wo ist der Ball? Komm, komm, komm. Fahr, 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 fahr. Nein. Nein. Ich fahr'n Arsch. Danke. Also, schenken wir den jetzt echt in die Wüke. Ja, das war's. Tschö. Scheiße. Jetzt geh rein, Alter. Nein. Nein. Das gibt es ja einfach so. Das wär's ja so gewesen. Du wirst so zerstört und machst so den letzten Treffer so. Boah, der kommt. Ja, vorbei. Richtig geil. Schon wieder verloren. Nachspielzeit. Riech. Riech. Spaß hier. Riech gut drauf, ey. Ey, die haben so unverdient gewonnen, ey. Ohne Witz. Ohne Witz. Das ist das, was wir halt eben erzählt hatten. Aus einem 4 zu 1 wird immer schon halt ein 20 zu 4. Wahnsinn. Das ist da was für gut gespielt, Junge, ey. Wir haben gut gespielt. Ja, momentan in die Liga. Ja, leider hat Spiel wieder aus der Hand gegeben. Jawohl, Liga 4, wieder abgestiegen. Sehr gut. Junge, du kommst auch nicht zu Gold. Du kommst nicht zu Gold. Ich steige die ganze Zeit auf und ab, Junge. Ja. Na gut. Ich spiel'n einfach der letzte Schritt in die Tür. Ach, Leute, ey. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da werden wir natürlich mal wieder gewinnen. Der eine ist Liga 3. Haut rein. Haut rein.